Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Wolfenstein 3D Episode Nummer 2 Level Nummer 8 Das wohl frustrierendste Level überhaupt in jedem Spiel Also, ähm, es gibt hier 179 Geheimnisse Ja, ihr habt richtig gehört, 179 Es war sogar mal ein Preis drauf ausgeschrieben, weil es kommt ein Bereich, kümmern wir uns auch noch drum Ähm, da sind 176 Geheimnisse ineinander verschachtelt Und da gab es irgendwo mal einen, ich habe jetzt den Namen vergessen Einen Preis, also so etwas zum Einsamen, so ein Item versteckt Und wer das als erstes gefunden hatte und damals id melden konnte Oder Apogee, über das vertreten wurde Der gewann einen Preis, keine Ahnung was das damals war Aber es hat ein bisschen gedauert, ich glaube ein Jahr oder so Bis, ähm, der Preis überhaupt erst eingeheimst werden konnte So, wir kümmern uns jetzt erstmal um drei Geheimnisse Die nicht in dem verschachtelten Bereich sind Und zwar fangen wir hier schon gleich vorne an Das können wir machen, hier im Holzfurnierbereich So, hier gibt es Zeug So, hier gibt es zwei So, hier ist nur Müll drin Hier ist gleich ein Grün Ist überall nur Scheiß Na, hier ist auch nichts Also Grün haben die ganzen Türen hier sind Grün Den ganzen Arm hier mit den ganzen Türen, alles vergessen So, aber Wir kommen ja hier rein Und einmal gibt es hier, so relativ mittig Zwischen der Eingangstür und der ersten Tür auf der rechten Seite Eine Minigun und wenn man hier reinkommt Also, wenn wir hier so reingehen Rechts Hier gibt es schon mal Zeug So, das war das Geheimnis Oder die Beide besser gesagt Achso, stimmt Ja, ganz vergessen Müssen wir hier noch einen Schlüssel holen Bei dem Typen Da Also wir sind hier quasi reingekommen in den Arm Rechte Tür, nochmal rechte Tür Dann kommen wir hier raus Und dann gibt es hier Ja Das Transparente oder die Fahne da an der Wand Kann man sich merken Ritterrüstung, Tisch, paar Fahnen Und das Transparent an der Wand Mein Leben Mein Leben Und dann So, im Grunde genommen haben wir damit Das alles schon Und jetzt kommen wir zum frustrierenden Teil Demich hier in der Ecke Geht's los mit den 176 Geheimnissen Ich grase aber trotzdem hier hinten Erst nochmal den Raum Achso, der ist verschlossen, alles klar Hab den Schlüssel dazu noch nicht So Oh Gott Jetzt, 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 jetzt geht's los Wir können uns noch mal kurz die Kartons angucken Ja, also hier hinten sind verschlossene Türen Und hier geht's los So, der Anfang ist noch relativ simpel Aber dann wird's immer fieser So ungefähr ab hier Ich glaube nämlich hier unten ist auch schon was Oder sogar schon hier Oder mal das ist das Ding Oh, hier Oh, hier Gut, dann muss man hier immer bloß die blöde drücken Irgendwas wird schon aufgehen Oder auch nicht Welchem Arm sind wir jetzt? Stimmt, irgendein Arm ging nicht Oh, hier Oh, hier Das macht sich glaube ich als einfacher hier auf der Karte das so zu machen Also ich kann euch nicht sagen, ob ich hier wirklich alle Geheimnisse erwische Weil es sich hier um eins zu verfransen ist Sehr leicht möglich Gehe ich jetzt unten Ich bin oben Müsst du eigentlich weitergehen hier? Tut's auch Da Und hier muss man tierisch aufpassen Weil irgendwann kommen hier nämlich Türen Und hinter den Türen sind ganz ganz fiese Ähm Ich speichere schon mal Sind die Endbosse Ist der Ersten Episode versteckt Die gibt's hier einfach mal so zwischendrin So, trotzdem habe ich das Gefühl Hier fehlt mir irgendwie unten was Und hier geht's Und hier geht's Und hier geht's Und hier geht's Da ist was Hier ist was Das ist nämlich hier eigentlich alles komplett ausgebaut Hier unten muss auch noch irgendwas links sein Warte mal Warte mal Hier ging's nicht weiter, ne? Also sobald ihr hier irgendwie so einen größeren Bereich seht Der noch nicht ausgefüllt ist Da ist unter Garantie noch was Und hier geht's nicht weiter Doch, wusste ich's doch So, also jetzt hier direkt unter mir Da ist ein größerer Bereich Da muss irgendwas sein Und wenn's da nicht ist Dann Wieder zurück Weil dann ist nämlich hier irgendwas Na gut, machen wir später Warte mal Das könnte auch hier sein Ah, sag ich doch Wenn's da nicht los So ist es keine Tür, oder? Nein. ich speichere mal noch mal bei mir ist das risiko zu hoch dass ich jetzt hier trotzdem einfach dem typen da die arme renne ist nix irgendwie gar nicht so richtig vorstellen er muss so wie von sowie von hier dann hier weitergehen also es wird sich noch ein bisschen hinziehen im 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 Das war's für heute. weitergehen? Na, sag ich doch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das geht doch noch eine ganze Weile nach oben hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nee, das geht ja auch noch bis zum Ende. Nein, genug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nee, das geht ja auch noch bis zum Ende. Nee, das geht ja auch noch bis zum Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok, jetzt sind wir quasi ganz oben angekommen am Levelende, da geht es jetzt nicht weiter Aber dieses Scheißlabyrinth, das erfüllt echt das komplette letzte Level hier noch, also den letzten Rest des Levels aus Ja, und jetzt stehe ich hier vor der Tür So, da habe ich jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf Ach so, doch, hier Das ist das Ding, was ich meinte Hier, wenn man Apache anruft und sagt Artwolf, dann herzlichen Glückwunsch Da war der Preis versteckt Na, hier oben in der Ecke Gut So, hier geht es jetzt erstmal nicht weiter Das muss aber hier oben noch weitergehen So, hier oben in der Ecke Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Genau das wollte ich nämlich verhindern Ah ne, hier ist ein Leben Okay Puh Glück gehabt So, das ist der Block, genau Da geht's von hier nicht weiter Sondern Hier so Wie war es diejenzyue? So, nun stellt euch das mal alles ohne Karte vor. Also wer hier noch den Durchblick behält, Hut ab. So, wie geht denn das da unten eigentlich weiter? Irgendwie hier so? Trotzdem muss das hier noch irgendwie weitergehen. Ah, hier. So, hier sollte eigentlich... Nee, hier noch nicht. Kommt erst kurz vorm Ende. Okay, da ist noch eine Tür. Also hier ist tatsächlich ein bisschen Luft, also zwischen dem und dem größeren Raum und direkt unter mir hier. Das ist tatsächlich so gewollt. Das ist tatsächlich so was. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, noch ein Leben, okay. Mir scheint fast so, als ob wir in dem niedrigen Spürigkeitsgrad hier die Hermann Große nicht auftauchen. Also dieser Endboss aus der ersten Episode ist natürlich sehr angenehm, weil ansonsten hätte ich jetzt hier wahrscheinlich überhaupt keine Chance, den irgendwie zu besiegen. Egal, so, wir sind hier... Wenn das das ist, haben wir da oben aber noch irgendwas vergessen. Ah, shit, haben wir auch. Ich wusste es. Ich muss es aber eigentlich noch weitergehen. Was ist denn da vor mir ein Fass? Achso, das Apogee-Zeichen. Ich sollte jetzt hier dieser Block sich noch bewegen lassen. Sehr merkwürdig. Ah, der lässt sich noch bewegen. Jetzt haben wir das Ding zugemacht. Dann geht es aber eigentlich noch weiter. Toll, kann sein, dass ich jetzt eine Sackgasse gebaut habe. Also eigentlich geht es hier noch ein bisschen weiter. Der sollte hier eigentlich noch aufgehen, was er nicht tut. Und dann ist dahinter noch eine Tür. Tja, sag ja, ich kriege nicht alle hier heimlich sehen. So, warte mal. Hier ist aber noch, genau. Jetzt noch weiter. Das, warte mal. So, hier ist nichts mehr. Weil hier wäre kein Platz mehr. Denn hier hinten boomt mich. Na egal. So. Hier warten wir jetzt in die Sackgasse. Hier müssen wir langen. So. 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 Ja. Durfte eigentlich keiner mehr kommen. Ja. Ah, hier habe ich. Ich speichere mal trotzdem nochmal. Eigentlich sollte man hier einen Bogen schlagen können. Hmm. Also eigentlich sollte man jetzt hier durchkommen und dann kann man hier noch so einen Bogen schlagen. So und wieder zurück. Hm. Mist. 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 nach hier geschoben, jetzt sollte man den eigentlich, ne zweimal schieben geht nicht, wenn ich nach rechts schieben können, dann fehlen uns da zum einen ein paar Schätze und zum anderen noch ungefähr zehn Geheimnisse. So ist auch schlecht. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Achso, genau, das ist der Endraum, ja, genau gegenüber vom Eingang, richtig So, und hier geht es auch gar nicht weiter Richtig Da kommt nämlich noch, da rechts hier die goldene, hier die Tür, ne? Hier, und da kommt hier noch so ein bisschen Raum von der Tür So, dann testen wir sie jetzt hier erstmal wieder zurück Das wohnt mich doch sehr Hmm Nee Auch nicht, wie komme ich denn da oben hin? Ah ja, hier war ich noch nicht Ja, hier war ich noch nicht Ich muss mal gucken, ob das eine Tür ist oder nicht Ja, hier war ich noch nicht Ja, hier war ich noch nicht Ja, hier war ich noch nicht Schön wieder Eigentlich sollte es jetzt hier nach links weitergehen Ich verstehe das nicht Ja, hier war ich auch nicht Ja, hier war ich noch nicht Wie halt nicht von hier, sondern von hier. Ah, genau. Ah, Tür. Toll. Gut, dass ich geguckt habe. Ah, okay. Nur ein Leben. Okay. So, den Bereich da links, der geht ja nicht. So, den da oben. So, da kommen wir von da nicht hin. Genau, also hier müssten wir eigentlich weiterkommen, damit wir diese Schnecke hier machen können. Also genau hier, den Block, den müssten wir eigentlich nach links schieben können. Oder halt nach oben, aber geht auch nicht, damit man hier weiterkommt. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Geht einfach nicht. So, dann haben wir hier unten noch einen freieren Bereich. Da gucken wir jetzt mal. Gleich nach dem Eingang. Da sollte man eigentlich von hier reinkommen. Hier sollte man den Block hier, wo gerade nichts passiert, also ich drücke drauf, aber da passiert nichts, sollte man wegschieben können. Dann kommt man da unten rein. Sind doch nur noch zwei Räume da, aber da wäre, glaube ich, noch ein extra Leben. Womit denn das nicht? Finde ich jetzt nicht gut. Tja. Ne, sorry, dann können wir da nicht weitermachen. Dann sind wir jetzt wieder raus aus dieser Ecke. Hier war nochmal falsche Richtung. Quatsch. So, ja, und das ist die Ecke quasi mit dem Aufzug. Es fehlen noch so viele Gegner. Was haben wir denn hier noch übersehen? Ach, da oben. Hier oben. Zum einen waren wir nicht hier hinten. Und zum anderen der Schlüssel. Wo wir den jetzt natürlich schon in dem anderen Geheimraum gefunden hatten. So, was fehlt noch? Welche Ecke? Achso, die. Die. Also, die. 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 Ich war обязательно. Und die schickere Wandels. So, und einen fehlt noch, einer fehlt noch, das war dieser zweite Endboss aus der ersten Episode. Ja, Hermann Große, oder wie der heißt, der fehlt noch. Aber der ist hier so versteckt in dem Labyrinth an einer Stelle, wo ich nicht hinkomme. Voll doof. Also warum das nicht klappt, keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das zufälligerweise wisst. Wenn das hier hinten ist, kommt mir auch so ein bisschen unerforscht vor, wir gucken da nochmal hin. Okay. Gut, da ist auch noch nichts weiter. Schade eigentlich, dass hier 19 Geheimnisse noch fehlen. Echt ein bisschen viel, aber was nicht geht, geht nicht. Okay. Dann machen wir im nächsten Video mit dem nächsten Level weiter. Das wird jetzt hier mit der Endboss, der durfte etwas schneller gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.